so den hatten wir ja schon jetzt gehen wir ein bisschen weiter mal was wir hier so kriegen da los ich krieg's ja nicht auf die backe was ist denn hier los das ist doch in extremo in gothic 2 die nachtesraben sehr geil was die wohl vorhaben auf das ist das land alle am futtern aber keine instrumente klasse in extremo moment was müssen sieben leute seine 1 2 4 5 6 ja es sind sieben und der mensch das ist cool und inos verlieh ihm einen teil seiner göttlichen mann